Bremer 2.6, Bremer ohne Zugriff, Bremer hoch. Digger, der hat sich das Ding heruntergesellt. Du kannst ein bisschen Zeit stünden, nicht von unten zu kommen. Ein Gegner im Vergleich. Gegner eliminieren Sie bevor. Digger, ich nicht. Digger. Digger. Das Blitz ist bei mir. Die Ganzen sind eigentlich schon darauf ausgelegt, dass man immer stirbt, ne? Ich mach schon mal direkt Tankstelle, ist eigentlich egal, wo die sind, Tankstelle ist besser. Ja. LoL, ich hab einen gekillt durch die Wand einfach. Ich hab einfach random geschossen, wie geil ist das denn? Ah loL, das ist einer, aber ich war alleine. Letzter verbleibender Gegner. Ich wechsle das Magazin. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Ah ja. Eigener Druck hat Gegner eliminiert. Wollte ich so, war gar kein Wallheadkicker. Ich hab einfach nur bestens durch die Wand geschossen. Vielen Dank.